Du hast Freude an modernen, zeitgemäßen Unterricht, entstellst diesen gerne und teilst ihn auch an mir gerne. Am besten möchtest du diesen weiterentwickeln. Dann komm zur ZUMM, denn wir sind die langlebige Institution im Bereich OER. Wir bieten unterschiedlichste Plattformen an, neben den Wikis, die in Richtung Grundschule gehen oder auch für DATSDAV, bieten wir natürlich auch interaktive Übungen H5P an. Gerne kannst du dich auch jetzt bereits in den Arbeitskreis einbringen zum Thema ZUMMUDEL. Kontaktiere uns einfach auf zum.de. Wir freuen uns hoffentlich bis bald.